Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Roadmap Update im Monat Mai, nachdem die letzte Roadmap aus dem Monat April nicht ganz so interessant war, zumindest für uns aus deutscher Perspektive, wenn man das mal so sagen möchte oder so sagen will. Ich mache mal die Musik hier ein bisschen leiser. So ist diese Roadmap doch ein bisschen interessanter und zwar, wir haben folgende Neuerungen. Wir haben die Glossop Line zwischen Manchester und Hatfield und Glossop, eine neue UK-Strecke, also die schon bald irgendwann rauskommen wird. Ich denke nicht mehr in diesem Monat, ich denke eher im nächsten Monat, im Juni, so Mitte Juni würde ich mal behaupten. Wir haben, und das ist der Kracher auf dieser Roadmap, eine neue deutsche Lok. Lok, also endlich wieder ein Lok-DLC, nachdem wir, glaube ich, als letztes Lok-DLC so richtig die Baureihe 101 hatten, das war es dann auch, haben wir jetzt endlich wieder ein Lok-DLC, auf das wir uns freuen können. Worum es sich dabei handelt, wissen wir allerdings noch nicht. Das wird sich dann wohl in nächster Zeit klären. Dann sind Improvements für Spirit of Steam in Arbeit, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, und es gibt auch ein Third-Party-Update und so weiter und so fort. Wir gucken uns nochmal hier die Übersicht zusammen an. Also wir haben hier als Dovetail-Releases einmal Ambergate nach Chinlay und Buxton, die Strecke, die am 9. Mai rauskommen wird, also in wenigen Tagen. Die werden wir uns auch zusammen angucken. Dann haben wir ebenfalls in Development die Glossop-Line zwischen Manchester und Hatfield und Glossop. Dann haben wir das UK-Log-DLC Thameslink BR-Class 700, auf die sich auch sehr viele freuen. Und hier als neuestes Element in der Roadmap eine deutsche Lokomotive. Und interessant ist dieser Code hier, dieses DKK L701. Und das DKK bedeutet, dass es sich um eine Deutsch-Log handelt. Und zwar um eine sogenannte Multi-Current-Logo. Ich denke, es wird übersetzt mit Mehrsystem-Log. Ich denke, DTG wird das damit meinen. Und die Tatsache, dass es sich um L7 handelt, bedeutet, dass es eine Lok ist, die 2011 oder danach irgendwann in Einsatz war. Das bedeutet also, eine moderne Lok wird uns da erwarten. Und da könnte man natürlich jetzt denken, ja, könnte sich vielleicht um den Vektron handeln. Würde auf jeden Fall in das Schema reinpassen. Was auch ganz gut passen würde, wäre die Baureihe 189. Auch die passt, glaube ich, vom Zeitlichen her noch ganz gut rein. Zumindest war sie auf jeden Fall 2011 in Betrieb so. Und ist sie ja, glaube ich, bis heute noch. Und ist halt eben eine Mehrsystem-Log. Und was aber auch passen würde, wäre, glaube ich, die Euro-Dual. Wobei ich persönlich nicht so ein Fan von der Euro-Dual bin. Ich würde mich am ehesten um tatsächlich den Vektron freuen. Das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Lok. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, welcher Lok es sein könnte. Dann haben wir hier als Partner-Programs, hier in der Mitte, also die ganzen Third-Partys. Sorry, ich muss mal hier mein Handy leiser machen. Hier die eine UK-Road von Just Trains, wissen wir immer noch. Und nach wie vor die Baureihe 420, die von TSG in Entwicklung ist. Dann das Special-Projects-Team. Es wird einen Post-Release geben für das Loco-Add-ons-Bundle. Der Pride-ICE war dann mit dabei. Da kommt dann noch ein Szenario mit dazu irgendwann. Und noch diverse andere Patches. Unter anderem, das ist auch ganz interessant, Linke-Reinstrecke wird ein Post-Release-Patch bekommen. Und ebenfalls die Niddertal-Bahn. Das ist wohl das, was für uns wohl am interessantesten ist. Wir gehen mal hier noch ein bisschen weiter, gucken uns mal die Roadmap an, was hier sonst noch so an Informationen zu finden ist. Beziehungsweise zu finden sind. Es wird auf jeden Fall erstmal eine kleinere Pause geben, nachdem am 9. Mai die Peak Forest-Dampflok-Strecke erscheinen wird. Da wird dann die Tiki ein wenig sich eher um Fixes kümmern. Und zwar die Post-Release-Improvements für die Linke-Reinstrecke. Da gibt es ja die einen oder anderen Bugs, die auf jeden Fall dann noch raus müssen. Die Niddertal-Bahn bekommt ein Update. Bremen-Oldenburg wird ein Bug-Fixes-Update bekommen. Und eben die Midland-Mainline von Skyhawk Games. Der HSD-Delivery-Designer-Fähigkeit soll dann auch noch kommen. Und tatsächlich hat auch Rivet Games anscheinend ein Update in Arbeit. Und zwar für die 1938 Tube Stock, für die Island-Line. Wobei wir jetzt nicht wissen, ob es sich jetzt um die neue Island-Line handelt oder die alte Version. West Cornwall Local wird ein Update bekommen. Und die Arosa-Bahn wird auch eins bekommen. Da freue ich mich sehr drauf, was da wohl kommt. Vielleicht ein kleines Sound-Update. Das wäre mal gar nicht mal so schlecht, vor allem für die Personenwagen. Und auch ein Szenerie-Update natürlich hat die Strecke absolut notwendig. Und der Addons-Manager, der kommt dann natürlich auch. Übrigens Link zur Roadmap in der Videobeschreibung. Dann stehen noch ein paar Informationen dazu, dass ja DTG vor einiger Zeit praktisch übernommen wurde von Focus Entertainment. Da sollte es, glaube ich, keine großen Änderungen geben. Was aber kommen wird, und zwar voraussichtlich zwischen dem 26. Mai und dem 2. Juni. Da könnt ihr euch hier diese Strecke LGW-Mediterranée kostenlos runterladen bei Steam. Und ich glaube auch nicht nur bei Steam, sondern auf allen Plattformen tatsächlich. Also auch auf der Konsole. Und zusätzlich ist es auch möglich, für diejenigen, die den Train Simulator auf dem PC haben, auch da sich die französischen Strecken von DTG runterzuladen, kostenlos in der Zeit. Und die bleiben auch tatsächlich da. Also nach der Woche werden die jetzt nicht irgendwie wieder gesperrt, sondern wer die Strecke nicht hat, einfach kostenlos runterladen und einfach mal einen TGW fahren. Weil warum auch nicht, kostet ja nichts. Ja, dann hier noch ein kleiner Sneak Peek. Der Glossop Line hier zwischen Manchester, Piccadilly und Hatfield. Manchester, Piccadilly ist übrigens nicht der gleiche Bahnhof wie der, der in Northern Transpannine gefeatured ist. Das ist ein anderer Bahnhof in Manchester. Die ganzen Stationen hier kenne ich jetzt alles nicht so. Tatsächlich der einzige Ort, der mir ad hoc was sagt, ist eben Manchester. Die anderen kenne ich nicht. Mit dazu wird die Northern Class 323 kommen. Die gibt es schon im TSW. Die wird aber entsprechend angepasst an die Strecke. Ja, hier nochmal zur Deutschen Log. Da gibt es dann in Zukunft mehr Infos dazu. New York nach Trenton wird ein Timetable Update bekommen. Da sitzt auch Joe schon dran. Wer sich hier die Details durchlesen möchte, der kann das gerne hier selbst machen. Ich werde da nicht so drauf eingehen, weil das in der Regel nicht so interessant ist für die Leute, die hier zugucken. Spirit of Steam wird auf jeden Fall ein paar Improvements bekommen. Ja, also die Fahrphysik wird geupdatet. Und die Szenarien werden geupdatet. Das Entgleisen sollte nicht mehr passieren. Und so weiter und so fort. All die Sachen, die halt eben gefixt werden müssen, unter anderem auch für die neue Strecke, für die Peak Forest Strecke. Denn auch da ist es natürlich wichtig, dass da alles funktioniert. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Achso, genau. Hier, das wird auch noch geupdatet. Das war für das Loco-Add-ons-Bundle Nummer 2. Das mit der SD70ACE, die ja hier praktisch diese Flachwagen hat, auf denen jetzt mittlerweile tatsächlich richtige LKW-Container drauf, beziehungsweise richtige LKW halt drauf geladen werden können und nicht nur Container. Das ist, glaube ich, neu. Und das soll auch demnächst dann kommen. Hier gibt es noch ein paar mehr Informationen. Wie gesagt, der Release von Peak Forest am 9. Mai. Wen es interessiert, wir werden uns auf jeden Fall das Ganze zusammen angucken. Ich werde die Strecke vorstellen. Aktuell habe ich die Strecke noch nicht. Kann also noch gar nichts dazu sagen. Außer, dass wir uns die halt eben zusammen angucken werden. Hier noch ein paar Screenshots. Ja, noch mehr hier. Die Lok kennen wir schon, die 8F. Hier die ICI-Wagen sind auch neu übrigens. Genau. Dann hier die Lok, das Lok-DLC, die Thameslink Class 700, auf die sich eben viele auch freuen. Sieht auch ganz hübsch aus. Werden wir uns auch, denke ich, zusammen angucken, wann auch immer sie rauskommt. Und hier noch ein paar mehr Informationen zum Add-Ons Manager, zum HST, zum Peninsular Corridor und Oakville Corridor Baby Bullets Service Update. Ja, die TSV-2-Fixes sind weiterhin in Arbeit. Die kommen irgendwann noch, wann auch immer. Aber sie kommen so. Genau. Achso, und das ist ganz interessant. Hier Skyhook Games, die beschäftigen sich aktuell sehr, sehr ausführlich mit der Midland Mainline und versuchen da möglichst wieder alles zu fixen, was halt eben gefixt werden kann. Und Just Trains arbeitet auch an deren britischer Strecke. Aktuell haben sie bereits 26 Meilen an Strecke kompletiert und 20 Meilen fehlen noch, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und die Fahrzeuge sind wohl auch ganz gut in Entwicklung. Und hier noch so ein paar mehr technische Details, wie Strecken gebaut werden und so weiter und so fort. Wer, wen es interessiert, der kann sich gerne durchlesen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mich gerne mal hier eure Gedanken wissen in den Kommentaren. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.